kleiner mp-trank zu spät hätte ich vorher saufen sollen der von der barbara sagt 6 das leben wir ist der ätzend alter jetzt ist es zu viel schaden also aber die gruppe ein bisschen Alter Nein, ich glaube nicht, dass ich ihn gegen den Gewinner Das sieht ziemlich schlecht aus Jetzt hat er den Barbaren noch hier Der übel viel Leben wiederkriegt Ob das so viel bringt, bin ich mir jetzt nicht unbedingt sicher Nein, er hat göttlichen Widerstand Er hat alles Widerstand Er blockt alles Magie Er ist tot Das haben meine Leute in Ruhe, Alter Er kriegt 10 Leben pro und ne wieder Genial 40 HP, 20 MP ist schon mal gut Wow, ist das dein Ernst? Er hat den instant getötet Alles klar Den kannst du gar nicht gewinnen What the fuck? Alter, willst du mich verarschen? Ey, ist klar, ey Instant getötet oder was? Ja, natürlich muss ich jetzt auch noch kämpfen Verpisst euch hier, ist ich ein Drecksratten, Alter Ja, hätte er nicht instant getötet, hätte ich gewonnen Aber nein Er muss ja unfaire Mittel benutzen Und diesen behinderten Dreck Wondeten Ne, gegen den spiel ich sicherlich noch nicht Nee, nee, nee Kurz davor zu gewinnen Und was kommt? Unfaire Attacken, Alter 140 brüllt Ja, nee, ist klar Na, hier ist auch Level 30 Weiß nicht, warum die Leute mich hier hinschicken Wenn es noch lange nicht für mein Level ist Nein Kannst du mich auch am Arsch lecken, Alter Ich geh jetzt woanders hin und mach Quests Level 29 Bin ich ja lange nicht, Mann Ich stehe jetzt hier Ups Jetzt hab ich Enter gedrückt Äh, Escape gedrückt Äh, ich rischiere, dass ich noch mal so viel Gold zu verlieren Wie sieht's denn EP-mäßig aus Level, fast Level up Kämpfe noch ein bisschen Müssen wir die Level haben Und dann versuchen wir's nochmal Wenn wir's dann wieder nicht schaffen Müssen wir trainieren gehen Quellen, was wir dann noch mal so viel nothing goo Dann werden wir nicht alle so übel zäh werden. Hmm. Weil ich extrem viel Gold, jedenfalls. Ich glaube, du bist da. Hätte ich gewusst, dass ich gegen drei, vier Leute miteinander kämpfen muss. Der hätte ich mir erst mal anscheinend anfangen auch gespart, denke ich mal. Ich hatte am Ende nichts mehr. Nothing. Jetzt wäre mein Pader nicht insta-down gegangen. Oh, ein Choker, ich wäre kein Mann mehr. Und trotzdem krieg ich noch ein Massiges Leben wieder. Trotz, dass der Barbar übergeschwächt ist. Alter, wie lange das dauert, bis ich endlich das verdammte Level abbekomme. Oh, nein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Okay, Magi nicht unbedingt. Er hat aber göttlicher Widerstand. Die Drohung verloren. Okay. Das ist lächerlich. Das ist so lächerlich, Mann. Er tötet mich schon wieder. Der hat den gewonnen. Das ist lächerlich.